Du musst auf die jeweiligen Sachen gehen, dann hast du Verändern dastehen. Also wenn du jetzt zum Beispiel in deine Klamotten irgendwelche Mods, dann musst du oben auf Charakter gehen. Düs, düs, düs! Ich hab' gerade überlegen, was hast du denn jetzt hingeschmissen? Pflanzenfasern. Ah, viel! Meinst du, die schaffen wir noch? Ja! Schnauze! Hm? Das ist meine Twist. Moment. Ah, ja. Ich glaube nicht. Doch. Doch. Ich hab' auch ein bisschen. Na mach. Egal. Mahlzeit! Aufstehen! Oh, ich dachte schon, wer kommt jetzt hier angesprungen? Nein. Ich hab' auch ein bisschen rüber aufgefangen. Meine Fresse. Was ist denn noch? Ja. Was ist denn noch? Ja. Was ist denn noch? Oder haben wir hier draußen noch was? Ja. Wollt ich gerade gucken? Ich höre schon was. Okay. Guck mal erst mal. Immer dreckig, das war es auf jeden Fall. Alles gut. Da oben ist nichts. Nichts? Nein. Nein. Wurde ich das Ganze mal probieren, ob das nochmal geht? Ja, weil das ja keine Abholquest war. Eins, zwei, drei. Hey. Haben wir es das geändert oder was? Ich kann die Quest erst 19.48 Uhr machen. Hä? Mhm. Weil sind wir jetzt von Channel entfernt? Nicht weit. Nicht weit. Das sollten wir noch schaffen. Dass wir die Nacht nicht so was zu tun haben. wird das möglich sein. Weil von Tag in Kaffee besser geht. Ich wirkt die Nacht nicht so was zu tun. Wir müssen die Nacht nicht so was zu tun. Es ist schon passiert. Ich bin schon passiert. Ich bin jetzt mit nur in Kaffee. Und auch mit nur einen Kaffee. Ich bin jetzt mit der Nacht. Ich hab ne Schaufel Level 3. Hab ich auch. Würde ich nehmen. Ich hab bloß ne 2er Schaufel. Was geb ich dir dann? Was ist denn eine Kühlmaschenmod? Die kannst du mitnehmen wenn du in die Wüste gehst. Ist ja nicht so schnell heiß. Braucht man das? Oh. Taschenmod für Rüstung. Ist die gut? Hast du nen Packesel voll? Ja. Dann brauchst du sie nicht und die könnte maximal Frank dann verbrauchen. Oh ja. Dann nehm ich die für den Frank heute. Oh 10 mal Wasser. Hab ich auch grad wieder. Nehm ich mit. So. Aber wir möchten erst mal heben. Hab kein Platz mehr. Ja. Oh, das ist ein gefährliches. Versuch es nicht um ähm, Träck dich um ähm, zu radiatet. Hier. Ema, Wasser hättet ihr hier noch im Angebot. Soll ich das mitnehmen, oder? Kannst du machen. Was interessantes. Ja. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Ach so, ja. Ich weiß nicht, was ich schon mal mitnehmen. Was? Also nicht, was ich noch mitnehmen? Hier ist nur noch ein Projekt. Ja. So, willst du jetzt erst heben, oder? Ich weiß jetzt nicht. Hast du ja doch gesagt, willst du heben? Ja, eigentlich schon. Dann heben wir aus zur nächsten Quest. Ja. Müssen wir halten, Mann. Im Dunkeln laufen. Wollte ich gerade sagen, können wir nachts mal ein bisschen wandern gehen? Gut. Ach, halt die Klappe. Du bist ja im Zaun. Ja. 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 Ui, da sind noch viele Halbys. Ja, den Haken hatte ich in dieser auch gehabt. Bist du klar? War noch Müll drauf. Willst du ja das Nitroid mitnehmen? Nein, nicht unbedingt jetzt. Gut. Braucht jemand eigentlich noch eine Axt? Eine Stufe? Eine Stufe? Zwei habe ich selber. Dann mache ich die kaputt. Ich bin ehrlich, eigentlich würde ich langsam gerne ins Bett. Können wir auch machen. Ich würde bloß gern alles ausräumen und schon mal vorbereiten, dass ich wieder Wasser ansetzen kann. Ja. Ja. Wenn du müde bist, dann ist das in Ordnung. Wir haben heute eine Halbdorf geschlafen. Ja. Hey, dafür hast du die ganze Nacht nie geschlafen und ich habe ganz beschlossen geschlafen. Scheiß Gewitter. Scheiß Wärme. Die hat mich nie gestorben. Ich habe das Gewitter gestorben. Nein, ich habe die Wärme gestorben. Ich habe schon komplett aufgedeckt. Trotzdem hast du überall geschwitzt. Ich habe das in Ordnung. Ich habe das in Ordnung. Schau mal jetzt zweimal. Schau mal. Schau mal. Hier auch. Schau mal. Schönes Ding. Ich brauche bloß noch mal ein bisschen Kohle. Na es dort. Hehehehe, alles gut. Achso, du wolltest ja bestimmt deinen Taschen-Mod, bitte mal. Egal. Ähm, wenn du Kunststoffabfälle hast, habe ich oben eine Kiste gemacht. Tust du bitte dort oben rein, weil dort brauchen wir 600 Stück drüber. Oh, du wolltest. Oh, du wolltest. Ah, das war cool. Den Rest hast du alles schon zusammen? Jaja. Das Klebeband, das ist Pilleballer. Klebeband, dann diese kurze Eisenrohre und so. Das geht schnell, das ist wirklich nur dieses Kunststoffzeug. Das ist... Wahnsinn. So sollte reichen. Also die Schaubel-Level-3 brauchst du nicht, ne? Was auch, hast du jetzt. Da? Ja, man. Wo, du. Oh, du. Oh. 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 euch nur irgendwie vielleicht jemand mit essen naja ich bin ja dabei aber es ist ja jetzt dadurch dass es jetzt so anders ist alles gut alles gut ich habe für die sechs filter habe ich 24 24 klebeband schon hier oben drin ich kann essen machen maisbrot gegrilltes fleisch meine aufgabe dann machst du das gegrillte fleisch haben wir noch so viel rohes fleisch immer kann ich es machen habe jetzt jede mege wasser angesetzt ich kann irgendwas essen zubereiten ich habe jetzt auch wieder auf dem bücher gehabt das meiste habe ich bei medizinisch sperr ich kann mittlerweile in sperr level 3 schon herstellen ich kann den schluck selbstgebauter selbstgebauter stop level 4 herstellen ich habe bloß level 3 selbstgebauter stop stufe 4 10 kurze eisenrohre und sieben lehrer zehn mal eisenrohre und sieben lehrer ach doch auch jemand wie ihr welches level hatten deine kappe die du auch fast dass sie die hat du für drei ich kann auch den helm bauen ich will in die eine kiste das geld mit rein welches level hatten dein helm dieser ich glaube 4 ok so weit bin ich noch nicht medizinisch habe ich auch schon ich kann schon erste level verbände machen und ich kann mittlerweile samen herstellen ich habe hier nur grundlagen gebäude rollstoffe munition und waffen werkzeuge lebensmittel wissenschaft kleidung und deko nichts medizinisch du hast eine zweite seite du musst hier auf die fähigkeiten gehen und dort hast du doch ganz hinten diesen hammer fertig und fähigkeiten und tut das dort gehe ich die bücher rein ja ich habe mich auch erste hilfe verband diese vorbeiz und aus der hilfe verband kann einen schraubenschlüssel machen das ist jetzt gar nicht verkehrt und eine batterie stufe 3 oh was wieso stehe ich nicht okay gut schraub schraubenschlüssel kann ich auch herstellen stufe intero plus ich kann sogar ein stein schlag herstellen und eine selbstgebaute pistole stufe 4 kann ich alles noch nicht und ich kann jetzt ein kochtopf aufstellen ich kann schlagringe level 2 machen an wicke den habe ich gerne früher gespielt doch ich kann was machen meist das maisbrot und goldroten tee ich könnte ein paar rad herstellen wollte ich gerade sagen es kann ein paar rödschen bauen ich möchte aber gerne ein auto bauen da haben wir wenigstens erstmal wasser ja wie gesagt wenn man die anderen dinge alle laufen die ganzen filter ja dann kann man auch das andere kümmern so na gut dann war es das für heute ja dann mir die gut dann wenn für nicht 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 Vielen Dank.